Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Monaco Deluxe. Ein Stargast extra aus London eingeflogen, das Topmodel Ricky Hall. Was hat der mit Pomade zu tun? Das werden wir gleich herausfinden. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Denn London ist so, 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 so busy, ich bin froh. Wenn du erstes in London移ststst, ist das beste Ort in der Welt. Du hast sich seit sechs Jahren herausgefunden, bis jetzt, dass du für große Labels gearbeitet hast, für die große Labels, wie H&M, Diesel und viel mehr. Du hast einen, du hast einen, du hast einen, du hast einen Tag auf den Magazinen. Aber was hast du in München? Sag uns. Ich bin froh, ich bin mit Captain Fawcett, der von den Nails und seinen Feen, mit dem Pedicuren, So we're over here promoting, hang on, let me turn this around here, so we're promoting the Boozumbaki, the beard balms, the moustache wax, all our products, yeah. So we're just over here meeting great people, if he looks up from his phone, meeting great people, and yeah, just networking and seeing how our products are being sold, you know, and seeing who's buying this and meeting all the people who are buying our products, really, yeah. But it's, Munich's one of the best cities I've ever visited, I mean, I go to LA and New York a lot, but Munich's beautiful, especially in Christmas time, with the markets, and every time I come here, because my agency's here, every time I come here in December, I buy a really, hang on, I'll show you, where's my bag, where's my bag? Every time I come here, I buy a really, like, weird Christmas, uh, uh. Candle? No, no, no. Present. Yeah, like, uh, uh, what's the, Christmas, Christmas decoration? I'll show you. Hall. Yeah, so I, Hall. Ein Interview mit Ricky Hall ist einfach crazy. Man muss mit allem rechnen, und das macht richtig Spaß. Das macht diesen Typ einfach aus. Er will mir zeigen, was er sich eigentlich immer zu Weihnachten in Deutschland kauft, und München gehört zu einer seiner Lieblingsstädte. Das ist etwas, was unser lieber Ricky sehr gerne nach London mitnimmt. Eine Spieldose, es steht München drauf. Und es kommt Musik raus. Also er steht total auf München und Bayern. Wunderbar. Ricky? Yes. It's so amazing. On Instagram, you've got almost 400,000 followers. You inspire a lot of people with your style. Who inspires you? Do you have somebody who helps you with your styling? Of course I do, of course I do, of course I do. Do you, do you know a show called Only Falls on Horses? Yeah, yes. Do you really? But you're not inspired by them, but you're not inspired by them, but you're not inspired by them. They're by Charter, yeah. Really? And I love them so beautifully and he's a musician. He's a very sexy guy. And I love anything to do with Johnny Depp or that, you know, that kind of gypsy, gypsy look really, yeah. Hippie, gypsy style. Yeah, it's just, it's quite, you don't have to try. It's like very, just thrown together, just quick, easy, have a quick wash, put some noise. As long as you smell good, then you're good, yeah. Yes. You have to smell, as long as you smell well, you can dress pretty much however you want, but you still look fucking cool. Absolutely. Last question. I'm a fashion stylist, like I told you in the beginning. How important is fashion for you? It's not a big thing for me. I just throw things together and it kind of just works. As long as you're confident in what you wear, you can be cool, you know. And I'm really uncool. I'm not cool at all. You're the coolest person I've ever met. No way. No, not at all. I'm so uncool, that makes me cool. Probably. No. But yeah, it's just, basically, as long as you've got confidence, you smell well, you throw things together and you'll be cool. I love flares. People on my social media. But now they are trends, yeah. Yeah, but people hate them. Because I used to wear skinny jeans all the time. I'm 29 next month. And I've thrown all my skinny jeans away. I'm too old to wear skinny jeans. Thank you so much for the interview. Thank you. Can I give you a hug? Of course you can. Thank you so much. You smell good. Thank you. Das war definitiv das verrückteste Interview, das ich je gehabt habe mit Ricky Hall. Und wenn ihr Hipster da draußen die perfekte Bart- oder Haarpflege braucht, nämlich eine Pomade, dann schaut vorbei in die Blumenstraße 3. Die Jungs, die sind vom Fach, kennen sich aus. Und auch ihr Mädels kommt vorbei, denn für uns gibt es ja auch einiges zu sehen. Und natürlich für die Männer. Was man mitbringen soll besorgen oder so. Also schaut vorbei in den Pomade-Shop. Blumenstraße 3. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Wie kam die Idee zustande? Na, der Wunsch, einen Private Members Wine Club in Zeiten der sozialen Media-Überflutung zu machen und eine Stätte für die Begegnung zu schaffen. Eine Bühne für Begegnungen.